Tja, heute 11.11., Faschingsbeginn, haben wir gerade berichtet, aber natürlich nicht nur, heute ist ja auch St. Martin und darauf warten vor allem die Kleinen. Ganz gespannt, seit Tagen bastelten sie hier an ihren Laternen und heute ist es dann endlich soweit. Die Kinder sind in ganz Bayern unterwegs mit ihren Laternen und singen natürlich auch das Lied vom heiligen St. Martin, der hoch zu Ross unterwegs war, seinen Mantel geteilt hat mit einem Frierenden. Das sind tolle Beispiele und tolle Bilder hier aus Bayern und wir sind jetzt auch in